einen Lufthaken zu holen oder das WLAN-Kabel. Oder einen Wasserhaken. Einen Wasser? Ach, verdammt. Dieser Eisfische hat mich reingelegt. Sieht aus, als wäre dieser Ort seit 25 Jahren. Ganz schön verlassen da draußen. Wie es wohl jetzt in Yeltaun aussieht? Hey, Halliwell? Ja? Wie gefällt dir Cajona? Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Die rostige Maschinenanlage oder die verlassenen Ruinen. Meinen Freunden würde ich es nicht weiterempfehlen. Ich mag es irgendwie. Erinnert mich an Yeltaun im Winter. Nur, dass hier ein bisschen mehr los ist. Ziemlich kalt, was? Allerdings. Ein Jammer, dass ich keine Winterklamotten auf die Spesenrechnung setzen darf. Ich wünschte auch, ich könnte mein Outfit wechseln. Verdammte Budgetbeschränkungen. Okay, lass uns weitermachen. Und hier haben wir ihn nicht mehr. Aber ich kann bele Okay, schauen wir mal. Diese matte Glühbirne sollte passen. Ah, wunderbar. Wozu haben wir dann noch eine rote und eine grüne? Solange das Getriebe da oben eingefroren ist, wird die Maschine nicht funktionieren. Ich frage die Maschine nicht funktionieren, wird die Maschine nicht funktionieren. Ich frage mich, ob dieser Herd noch funktioniert. Ja, der geht noch. Das wird den Teekessel schön aufheizen. Ah, heiß. Hey, Halliwell? Ja? Okay. Okay. So, liebes Getriebe, die Pause war lang genug. Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. Hä, wieso ist jetzt kein Schalter mehr da? Okay, das Getriebe ist frei. Aber wo bleibt der uhrenbetäubende Lärm? Mal sehen. Once it goes can. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber okay. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Jetzt mit der Seilbahn fahren können. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich habe einen Bestseller über deinen eisigen Tod. Ich meine, ich bleibe hier unten und steuere die Seilbahn. Pass gut auf dich auf da oben. Na gut. Das hätte ich nicht geschaut. Hey, das sieht gefährlich aus. Ich nehme das lieber mal mit, bevor sich noch jemand verletzt. Die Hebelkraft. Dein Freund und Helfer. Sieht wirklich dunkel aus da drin. Die Bretter überbrücken die Lücke, aber sie sind sehr wackelig. Ich muss sie irgendwie fixieren. Das sollte die Bretter erst mal festhalten. Und dafür habe ich jetzt die Brücke repariert oder was? Der Tunnel geht unendlich weit ins Dunkel. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich mich darüber freue, dass ich da nicht reingehen werde. Niemals. Na. Sag niemals nie. Und die schöne Angelschnur verschwendet. Ja. Lawinenwarnung. Wie soll es eine Warnung sein, wenn das Schild erst hier auf dem Gipfel steht? Glückwunsch. Sie haben den Gipfel erreicht. Bitte unterdrücken Sie Ihre Fürze, um keine Schirten zu zerstören. Das ist alles hier oben. Was für eine Pracht. Ich habe immer davon geträumt, an Maschinen wie der hier zu arbeiten. Das soll schon alles gewesen sein. Weil wir jetzt was hier oben noch auf uns zukommt. Papa, alles klar bei dir? Es ist arschkalt, aber ja. Bereit runter zu kommen? Ja, los geht's. Wie darf es? Ja. Hey, Halliwell? Ja? Okay, lass uns weitermachen. Läuft wieder. Läuft wieder. Läuft wieder. Ich habe dich nur ein bisschen auf die Schippe genommen. Hier, nimm dir das Radio als Wiedergutmachung. Wenn du es irgendwo aufladen kannst, kannst du es benutzen, solange wie du es brauchst. Ich habe dich nur ein bisschen auf die Schippe genommen. Irgendwo auf dieser Karte muss die Quelle des Signals sein. Halliwell verpasst eine großartige Aussicht. Der Akku ist leer. Das gleiche ist mit meiner alten Kamera passiert, als Calvin versucht hat, mir und Mama das Skifahren beizubringen. Die gute Nachricht ist, das Radio hat ein Ladekabel. Jetzt brauche ich nur noch eine Steckdose, die funktioniert. Hm. Halliwell, bist du da? Willst du runter? Ja, los geht's. Ja, los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020